Was geht ab, Leute? Hier ist wieder Alabesser von deinem Puhl mit Gedudelt. Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir Zischu Taxi Rewind. Ja, Leute, das ist ein klitzekleines Indie-Game, das mir auf einer sehr bekannten Indie-Game-Seite vorgeschlagen wurde. Link zum Download findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, let's go, Leute, let's go. Ich habe noch keine Ahnung, was mich hier erwarten wird. Also, Leute, wir sind dieses kleine, aufgezogene Taxi und wir müssen jetzt Leute scheinbar einsammeln. Wieso rennt der vor mir weg? Wisst ihr, der will mit dem Taxi fahren und rennt vor mir weg. Geh, du mit? Nein? Muss ich überhaupt umfahren oder nicht? Ich habe keine Ahnung, Leute. Jedenfalls ist jetzt ein Timer abgelaufen. So, der hat jetzt wieder mein Auto aufgezogen. Sehr nett. Muss ich jetzt die Person hier abliefern? Denkst, 150 plus, ja, äh, 0. Time out. Ah, ach so, die Leute... Ja, ja, dankeschön. Die Leute, die so einen Kreis um sich hatten, ähm, das waren Leute, die haben immer wieder mein Taxi aufgezogen. Ah, verstehe, okay. Auf ein neues, Leute. Go. Super, er zieht mich auf und jetzt kann ich ihn auch ausliefern, Leute. Aus dem Weg. Lasst mich arzt, ich bin durch. Schnell, 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 go, go. Ja, geht aus dem Weg, hört auf zu schreien. Denkst, ja. Äh, wo, wo, wo? Wo ist noch ein Fahrgast, Leute? Ah, hier, okay, sehr gut. Komm, rein. Habe ich dich nicht gerade hier abgeliefert? Und hoch da. Und hoch da. Komm. Kein Problem. Nächster bitte, du aus dem Weg. So, wo möchten sie hin, junger Mann? Ah, ah, ah. Kriege ich noch extra Punkte für Stunts? Lol. Nicht ins Wasser. Komm, steig da aus. Sehr gut. Und der nächste Fahrgast ist direkt hier vorne. Ja, zieh mein Auto bitte wieder auf. Los. Wo geht's hin? Geht's hier hoch? Oder bin ich jetzt komplett verwirrt wieder? Ja, ja, Boost mitgenommen. Sehr gut. Und jetzt noch hoch. So, äh, nein. Ich hätte da auch hochgemusst. Verdammt. Leute. Ja, ja. Hör auf zu schimpfen. Ich bin Profi-Taxifahrer. Äh, ja. Extra-Time. Ja, sehr gut. Äh, wieso Null? Direkt mal hier, ähm, wegschießen. Ja. Du auch weg. Das ist jetzt eine Easy-Fahrt hier. Einfach nur gerade raus, runter. Denkst. Ja, kein Problem. Okay. Wo ist der nächste Taxi-Gast? Drei. Ja. Nice. Okay. Dankeschön. Danke fürs Auto aufziehen. Jetzt kannst du eigentlich schon wieder aussteigen. Äh, Vollgas, Leute. Oh Gott. Oh Gott. Äh, aus dem Weg. Aus dem Weg. So, nächste Gast. Wo ist der nächste Gast, Leute? Äh, drei. Zwo. Eins. Nein. Der hätte doch noch, äh, das Auto aufziehen können. Verdammt. Ja, Game Over. Ja. Aber ich habe einen neuen Rekord aufgestellt, Leute. So. Ich würde sagen, alle guten Dinge sind drei. Das probieren wir jetzt noch einmal. Und dann kann ich mein endgültiges Feedback zu dem Game abgeben, Leute. So, let's go. Direkt hier auf der rechten Seite ist der erste, ähm, Gast, den wir mitnehmen. Einfach ohne Rücksicht auf Verluste hier durchrasen. Ja, ja. Boah, zack. Ausgeliefert. 100 plus. So, nächster Taxi-Gast. Wo ist der nächste Fahrgast? Äh, hallo, Leute? Ah, da ist einer. Okay. Nein, nicht wegrennen, nicht wegrennen. Bleibt doch hier. Was hat er hier? So, auch da unten hin. Okay. Das sollte eigentlich ganz einfach sein, Leute. Komm. Vollgas. Vollgas. Kein Problem. Ah, da steht direkt einer. Ja, komm. Wo willst du hin? Kein Problem. Vollgas. Vollgas. Boost mitnehmen, oder? Nein. Hätte sich nicht gelohnt, Leute. So, jetzt einfach mal hier rein. In die Markierung. Kein Problem. Ah, hier ist schon direkt der nächste Gast. So. Wo du willst hin? Darunter. Achso. Oh, nein. Das war jetzt richtig doof. Komm. Und jetzt da rüber. Hä? Hä? Also, die Navigation ist ja mal richtig bescheiden, Leute. Äh. Wohin? Aufs Dach, oder was? Nein, 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 nein. Ah, da unten. Nein. Ah, ich bin zu weit gefahren. Verdammt. Äh. Okay. Okay, Leute. Ja, ich weiß. Jetzt fallt er noch runter. Okay, alles klar. Hm. Gut, Leute. Also, wir sind auch mittlerweile wieder mal am Ende dieses wunderbaren Videos angelangt. Ich muss sagen, ja, es ist ein sehr interessantes kleines Spiel. Also, es hat mir auf jeden Fall, ähm, schon Spaß gemacht. Ja. Ich würde sagen, für zwischendurch geht auf jeden Fall meine Empfehlung raus an euch, Leute. Nur der Ersteller hätte, äh, die Map noch ein bisschen größer machen können. Und, ähm, mit der Navigation jetzt am Ende war das ein bisschen blöd. Aber ansonsten, ja, es ist ein kleines, charmantes Spiel. Ja. Das ist mein Feedback jetzt hier an dieser Stelle. Und, ja, Leute. Wenn euch das ganze Video gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr den Video einen Daumen hoch da lassen würdet. Abo wäre sowieso nice. Vielleicht schreibt ihr auch nicht in den Kommentar und alle Leute, die es bis zum Schluss geschaut haben, die schreiben unten in die Kommentare ein Hashtag Taxi. Damit ich halt sehen kann, wer von euch auch wirklich bis zum Ende dran bleibt. Ja? Okay. Und jetzt gibt es auch nicht mehr allzu viel zu sagen, außer alles lauerein oder andere zu doll. Grüße an den Gang, pass auf den Hof. Ich bin Rausch. Bis zum nächsten Video.